Unter dem Punkt Legenden-Epos ist das zweite Abenteuer erschienen und zwar das Abenteuer Steigende Winde. Hier gibt es auch wieder zehn Gratis-Zeit-Embleme, die wir uns abholen können. Ansonsten haben wir wie immer ein paar kleine Belohnungen und dann würde ich sagen, drücken wir auch schon direkt auf den Punkt Abenteuerbeginn und gehen rein. So und dann sind wir ja auch schon am Start und das erste, was wir machen ist, wir gehen rechts rüber zu dem guten Tane und sprechen einmal mit dem. Und dasselbe machen wir dann nochmal bei dem Wachmann des Anwesens. Auch mit dem sprechen wir dann nochmal. Ihr könnt sehen, das Tor vor uns, das hat sich geöffnet, somit können wir jetzt hier oben hin zu diesem Spital. Wir drücken einmal auf Sprechen, überspringen das Ganze, können somit gleichzeitig auch direkt wieder runter zu Tane sprechen, dann einmal mit dem. Dieser geht jetzt hier oben hin und wir müssen dem nochmal hinterherlaufen und drücken dann nochmal auf Sprechen und somit sollten wir den jetzt gleich hier in unsere Tasche bekommen und könnten den rein theoretisch auch benutzen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber weiter und zwar begeben wir uns hier oben zu dem guten Hogan hin. Wir sprechen einmal mit dem ein weiteres Mal bei diesem Abenteuer. Er geht hier in die linke Seite rein und wir haben somit jetzt die Möglichkeit, auf den ersten Gegner zu gehen. Ah, wobei ich merke jetzt gerade, Tane muss man hier ja sogar spielen unter diesem Punkt Legenden Epos. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal irgendwie mit dieser Formation. Ich denke mal, das sollte schon hinhauen. Ich hoffe mal, dass hier keine allzu schwierigen Kämpfe bei sein sollten, so wie es beim ersten Abenteuer bei der erwachten Talene war. Ich bin mal gespannt. Ich denke aber mal nicht, beziehungsweise ich hoffe es einfach mal. Dann sammeln wir hier natürlich jetzt einmal das Relikt ein und gehen hier oben auf diese Barriere, drücken auf Demolieren. Dann geht es hier oben links weiter. Dann haben wir hier so ein Feld, wo wir gleich auch nochmal drüber laufen können. Dann werden wir ganz kurz vollgequatscht und gehen jetzt hier rein einmal in die Mitte. Jetzt spawnen hier ein paar Gegner um uns rum. So, ich habe den Gegner jetzt gerade das erste Mal besiegt. Ich gehe jetzt das zweite Mal auf den drauf und besiege den, so wie ich es in Erinnerung habe. Denn das gab es damals schon mal als Reise der Wunder. Müssen wir diesen Gegner hier insgesamt dreimal besiegen? Also ich habe den Gegner jetzt vor mir angegriffen. Mit der Formation, mit der ich es jetzt spiele, funktioniert das auch ganz gut. Ihr könnt es sehen, nach zwölf Sekunden war der Kampf over. Und dann werde ich jetzt nochmal vollgequatscht und gehe ein drittes Mal, also auf den Gegner hier vorne und drücke noch ein weiteres Mal auf Kämpfen. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, in dem Fall ist der Gegner jetzt das dritte Mal besiegt und ich bin mal gespannt. Genau ist es so, wie ich es mir gedacht habe. Wir müssen den dreimal besiegen. Achtung, ich helfe dir. Talene kommt jetzt, spawnt und lässt diese ganzen Gegner despawn. Dann gehen wir zu Talene und sprechen einmal mit der. Denn nachdem wir fertig sind, mit der zu sprechen, wird sie sich auch unserem Team anschließen. Hier haben wir es jetzt eingeblendet. Und dann gehen wir hier auf den oberen und auf den unteren Feueraltar. Somit öffnet sich hier das Tor und wir haben die Möglichkeit, hier oben auf den nächsten Gegner zu gehen. Hier haben wir dann natürlich wieder ein Relikt, was wir einsammeln können und die nächste Belohnung. Und dann befindet sich hier oben in der Ecke, den Gegner habe ich gerade nicht gesehen, auch noch einer. Und hier drücken wir dann natürlich auch nochmal auf Kämpfen. Dann natürlich auch hier wieder das nächste Relikt und die nächste Belohnung einsammeln. Und dann begeben wir uns einmal nach hier unten hin. Denn hier befindet sich so ein weiteres Tor. Hier drücken wir dann wieder bei beiden Feueraltaren auf Zünden. Und dann haben wir hier die nächsten beiden Gegner, die wir attackieren können. Ich würde sagen, wir besiegen die und dann sehen wir uns danach wieder. Okay, die beiden Gegner konnte ich jetzt persönlich mit der Formation relativ easy besiegen. Ich hoffe, bei euch läuft es auch so gut. Dann können wir hier ja eine weitere Belohnung einsammeln. Und dann begeben wir uns jetzt nach hier unten hin und zwar zu der nächsten Barriere. Die zerstören wir dann auch nochmal. Und dann haben wir hier oben den nächsten Gegner, den wir dann auch nochmal besiegen müssen. Nachdem wir den dann auch gemacht haben, natürlich wieder Relikt und Belohnung einsammeln. Danach geht es hier hinten hin zu dieser Barriere. Die können wir einmal zerstören. Und wir haben hier noch eine solide Eiswand. Auch die zerstören wir, beziehungsweise die lassen wir schmelzen. Werden dann nochmal ein bisschen vollgequatscht. Und dann können wir auch schon ran auf den nächsten Gegner. Okay, den konnten wir auch besiegen. Somit haben wir ein weiteres Relikt, welches wir einsammeln können. Ich nehme jetzt einfach mal das hier mit. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht weiter. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Und zwar hier hinten durch dieses Tor, wo wir ja vorhin auch schon durchgehen konnten. Wir sind ja erst oben lang gegangen. In dem Fall gehen wir dann jetzt einmal unten hier durch dieses Tor längs. Und warten hier nämlich ein paar Gegner auf uns, die wir alle besiegen können. Zumindest können wir jetzt erstmal auf die beiden Gegner und dann sehen wir uns danach wieder. Somit sind die beiden jetzt auch besiegt. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt hier unten längs zu gehen. Denn hier sind wieder Feueraltare, die wir entzünden können. Dementsprechend auch das nächste Tor, was sich öffnet. Dann gehen wir hier natürlich logischerweise einmal hin und haben die Möglichkeit, hier unten längs zu gehen. Bekommen wir natürlich wieder ein bisschen Dialog angezeigt. Und dann geht es jetzt hier ran auf den ersten Gegner. Den müssen wir irgendwie versuchen zu besiegen. Es sind teilweise auch schon ein paar Helden hier in meiner Formation gestorben. Also ich musste teilweise auch schon mal wieder ein paar andere Helden einsetzen. Falls bei euch auch schon welche gestorben sind, nicht wundern. Bei mir ist es auch schon passiert. In dem Fall war der Kampf jetzt aber doch relativ easy. Als nächstes haben wir jetzt die Möglichkeit, mit Baden zu sprechen. Wir müssen jetzt hier links oder rechts die Gegner, beziehungsweise oben oder unten die Gegner angreifen. Das mache ich jetzt. In dem Fall gehe ich jetzt erstmal auf den oberen Gegner. Das ging auf jeden Fall ganz klar. Nach sieben Sekunden war der Kampf over. Also allzu schwer war es auf jeden Fall nicht. Wir bekommen in dem Fall jetzt auch wieder ein bisschen Dialog angezeigt. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Okay, wir spawnen wieder Gegner. Und ich glaube, wir haben auf jeden Fall Relikte erhalten. Und den erwachten Tane, den haben wir jetzt auch erhalten. Das heißt, wir werden den dann jetzt wahrscheinlich hier in diesen Formationen auch spielen müssen. Genau so ist es. Den normalen Tane können wir dafür jetzt zumindest rausnehmen. Dann würde ich sagen, lassen wir den Kampf einfach mal starten und gucken mal, was jetzt passiert. Also von der Dauer her war der Kampf auf jeden Fall auch wieder ganz okay. Baden geht hier jetzt hin und zerstört die nächsten Gegner. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal zu Raspin gehen und mit dem sprechen. Okay, das können wir noch nicht. Dann attackiere ich jetzt einfach mal den unteren Gegner hier. Wer ist auf jeden Fall auch besiegt. Mal schauen, was jetzt passiert. Ob die auch alle despawn. Okay, das funktioniert ja schon mal gut. Und dann müssen wir jetzt hier diese drei schweren Gegner besiegen. Beziehungsweise mal gucken, vielleicht müssen wir auch nur ein oder zwei besiegen. Also den ersten Gegner fand ich zumindest jetzt schon mal nicht schwer. Der Kampf ging auf jeden Fall relativ klar. Der ist jetzt nach zwölf Sekunden vorbei. Dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Okay, nee, die beiden Gegner werden auch zerstört. Das heißt, wir müssen nur die beiden besiegen. Dann können wir jetzt wahrscheinlich zu Raspin gehen. Genau, und sprechen einmal mit dem. Und da haben wir auf jeden Fall auch schon die Hauptbelohnung mit den zehn Zeitemblemen. Und mit dem Sticker hier müsste das wahrscheinlich sein. Aber wir haben ja noch ein paar Belohnungen, die wir einsammeln müssen. Und zwar insgesamt noch neun Stück. Das ist aber kein Problem. Wir haben ja hier diese ganzen Nebelwolken. Die können wir aber vertreiben lassen. Und unter anderem hier oben haben wir jetzt den nächsten Gegner. Ich glaube, ich nehme euch hier einfach im Schnelldurchlauf mit. Okay, hier wird es jetzt gerade ein bisschen kritisch mit den Gegnern. Ich muss auch fairerweise sagen, ich befinde mich hier jetzt auf einem Test-Torber, wo ich das Ganze aufnehme. Aber man hat natürlich die ganze Zeit die Möglichkeit, mit Talene und dem erwachten Tane zu spielen. Das heißt, man kann die immer wieder in den Kampf reinwerfen. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Helden wie Oden, Silas und sowas mit. Einfach, dass ein paar Helden mehr auf dem Startfeld sind. Aber ihr seht es, auch hier hat es jetzt einfach funktioniert. Ihr könnt auch rein theoretisch den Kampf dann hundertmal wiederholen lassen, bis ihr es dann geschafft habt, einen Gegner zu besiegen. Denn die erwachte Talene und den erwachten Tane, die könnt ihr sowieso unbegrenzt hier spielen. Und dann geht es hier auf den nächsten Gegner. Ja, und somit bin ich hier tatsächlich durch. Ich musste auf jeden Fall ein paar Kämpfe meistens wiederholen lassen. Zwei, drei Mal dadurch, dass meine Helden gestorben sind. Die Gegner waren auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Aber wir haben es geschafft. Ich hoffe, bei euch gelingt es auch. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht es bis dort hin auf jeden Fall gut und ciao.